Während ich gerade am Gardasee bin und mein Skizzenbuch mit neuen Erinnerungen fülle, findet im Mitgliederbereich zeitgleich der Skizzenbuch September statt. Jeden Samstag gibt es dort für dich ein neues Motiv als Videoanleitung, das ich direkt von meinen Reisen mitgebracht habe. Unser zweites Landschaftsmotiv im Kurs führt uns auf die dänische Insel Venü, übrigens mit der kürzesten Fährverbindung in ganz Dänemark. Diese Hütte habe ich vom kleinen Hafen ausgemalt und vom Strand aus dann noch einmal die Rückseite mit den gelben Wildblumen im Vordergrund. Auch wenn das Motiv relativ einfach aussieht, können wir mit dem asymmetrischen Bildaufbau Spannung reinbringen und mit leuchtenden Farben diesen Sommertag darstellen. Hast du Lust, dein Skizzenbuch zu füllen und möchtest du lernen, wie du Motive vor Ort finden und mit Aquarellfarben umsetzen kannst? Dann ist der Skizzenbuch September bestimmt genau das Richtige für dich.